Was zum scannen? Nein. So, hier müssen wir durch. Voller schon nehmen wir mit. So, gibt es hier irgendwo was? Nein. Nee. Hier auch nicht. Dann, glaube ich, können wir auftauchen. Ja. Okay, wir haben anscheinend eine Blackbox irgendwo. Drehsfragment. Modell 3. Okidok. So, jetzt müssen wir hier erstmal ein bisschen... ... das Feuer eindämmen. Ist ganz schön hartnäckig. Wo ist denn der eine? Hm, shit. Wollte ich auf 4. Scheiße, das war auf 1. 2. 3. 4. Ah, ok, passt. Krebsfragment. Teil 2. 2 von 4. 8 Modul. Cool. Haben wir ein Modul übrig? So, da ist noch ein Krebs. Und da drüben ist noch ein Krebs. Was ist denn das jetzt wieder? Mein Gott. Shit. So. So. Scannen wir den schnell. Und... Fertig. So, noch einmal. Da drüben ist einer, dann haben wir ihn. Komm schon, komm schon, komm schon. Und... Zack. Nice. So, den nehmen wir jetzt mal auf 4. Mal Platz machen hier. Tschüss. 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 So. Rein geht's. So, was haben wir hier? Ja. Erstmal Brand bekämpfen. Blastisch. Blastisch. Braucht keinen Mensch. Aber wir haben ihn. Was? So, Stuhl? Nein, nein, nein. Was ist denn mit ihm? Verkaufsautomat. Sehr nice. Und zack, haben wir. Was? Einzelwandregal. Okay. Erste Hilfe. Hier ist lockt. PDA. Integrating new PDA data. Was haben wir denn jetzt? PDA. Ah, okay. Plakate nehmen wir mit. Haben wir schon, haben wir schon, haben wir schon. Okay, dann hauen wir ab. So, was haben wir hier? Essen, essen, essen. Mal gleich mal einen nehmen. Fast. So, okay. Geht's weiter. Hier ist lockt, lockt. Einzelbett. Haben wir auch noch nicht gescannt. Und da ist eine Tasche. Die haben wir auch noch nicht gescannt. Vorrat. Nichts drin. So, hier haben wir, den haben wir schon, glaube ich. Ne, den nehmen wir mit. Ach, jetzt habe ich die Sporttasche eingesammelt. Vorrat leer. So, hier ist auch nichts. Okay, also den. Die Codes habe ich noch nicht. Lockt. Äh, habe ich die Codes schon. Ne, Mist. Okay. Dann, gehen wir hier rüber. So, hier haben wir ein PDA. Okay. Integrating new PDA data. Listen, I know I don't have the right to make demands of you, but I need you to understand that I want to change our arrangement. Wasser? I hear what you're saying and I will try to respect it. How would you like to change it? I would like to reduce our contact hours. How much further can we do that? Nichts. Okay, hier geben wir noch einen. Oh, my God. Oh, my God. It's a relationship of a kind. You have so many expectations. I feel you just want to spend more time with that dumb guy in his dumb robot suit. That's not a feeling. It's a judgment. And I feel hostility in what you're saying. Perhaps your jealousy is a sign that you need to take another look at your business model. Why can't you just be happy for me? I am happy for you and I'm happy for all the guys in the Prawn Bay. I'm just not happy for me. This is why I want to change my mind. Oh, man. Ich brauche die Zugangscodes. Integrating new PDA data. Kriegen wir gerade gar nichts hier. Okay. Hier ist auch alles im Arsch. Upsi. Nee, ne? Kriege ich jetzt fest. Nee, gut. Okay, so. Dann gehen wir da durch. Ich brauche das Reparationswerkzeug. Alles kein Problem. Wir kommen ja durch. Wir kommen ja alles durch. Alles im Rahmen hier. So, das machen wir wieder ganz. Da geht die Tür wieder. Ist ja nicht so, aber wir kennen es ja, ne? So. Und Tür öffnen. Hier brennt alles. Da kommen wir eh nicht weiter. Mal kurz zwischenspeichern. Und weiter geht's. So, hier muss irgendwo ein PDA liegen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da. Downloads. Hier ist nichts. So, dann brauchen wir den Laserschneider. Kommen wir da durch. Mit der Atemluft. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was dahinter war. Ich glaube, zur Brücke können wir auf jeden Fall noch. Und die blöden, äh, Antriebskernen müssen wir noch. Die müssen wir auf jeden Fall noch reparieren. Ja, passt. Luft. So, wie sieht's hier aus? Okay. Reparaturwerk zurück auf die vier. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Okay, ist immer drin. Ich brauche ein PDA. Sehr gut. V-Rauf. Demote. Brauche ich schon. Demotenfragment. Ja, brauchen wir nicht. Alles klar. So, was haben wir gefunden jetzt gerade? Das Angebot. Ah. Kabine Nummer 1. 1-8-6-9. 1-8-6-9. Okay. Oh, nein. Aufpassen. So, Feuer bekämpfen. Ja, haben wir. So, jetzt gibt's hier 80 Millionen Reparaturen durchzuführen. Achso. Könnt ihr erstmal scannen. Zyklopmaschinen-Effizienz-Modul. Nehmen wir. Hehehe. So, repariert. Und repariert. So, gleich mal hier rein. So, gleich das noch reparieren. Hammer. Da ist noch einer. Geh halt. Okay, das heißt, wir haben jetzt gleich den Strahlen-Austritt eingedämmt. Und dann können wir danach auch den verstärkten, wenn wir ihn dann gefunden haben, den verstärkten Tauchanzug anziehen. Dann brauchen wir nicht mehr den... Boah, hopp. Kackvieh, ey. So, hier sieht's gut aus. So, den noch reparieren. Fast. So, den noch reparieren. Fast. So, hier ist noch einer. Hoppala. Hoppala. Na? Hallo? Er will nicht. Jetzt. Passt auch. So, und da sind wir drin und haben hier... Hallo? Müssen hier noch den Kern reparieren. Da sehen wir auch schon. Sickes, fettes Leg. Okay. So. Batterien haben wir noch genügend dabei. Gott sei Dank. Zwei Legs sind noch da. Da ist einer. So. So, den haben wir gleich. Passt einer. Hau ab. Kackvieh, ey. Den hatte ich doch schon mal gescannt, glaube ich, ne? Ah. Er wollte... Ah. Er hatte die Infektion. Mein Gott im Himmel. Sehr nice. Strahlungswerte zurückgegangen. Sehr nice. Sehr, sehr nice. So, können wir da drüben noch rein? Probier ich kurz noch aus. Hier rüber. So, wir haben auf jeden Fall jetzt mal alles soweit repariert. Ist nichts drin. Mist. Selbst scannen. Infiziert. Schlecht. Was haben wir denn hier? Zeitkapsel. Fisch are friends. If you found this time capsule, that means I must have been able to escape. However, this also means that I could not take my... Blablabla. Alles klar. Ja. Theorie. Exemplar Infektion. Okay. Dieser Organismus zeigt Anzeichen an erworbenen bakteriellen Infektionen. Leuchtengrüne Blasen bilden ein Netzwerk um infizierte Stellen herum. Partikelweißer für Bakterium. Hinderst du Wasserhaut übertragen mit den Lageshaut durch Atemorgane Körper vorzudringen. Ansteckung Milch und Fleisch unter keinen Umständen verzehren. Ups. Das hätte einem auch mal jemand eher sagen können. Ja, hier sind wir fertig. Den nehmen wir noch mit. So, wir haben einen Code gekriegt auf jeden Fall. So, den werden wir jetzt dann gleich mal gucken, ob der Code uns weiterbringt. So, hier gibt es erstmal was zu trinken. Hier ist nix. So, ich meine mich zu erinnern, dass... Das war hier hoch. Geh halt hoch. Ja, passt. So, pass mal auf. Kann ich den vielleicht... Den jetzt fallen lassen? Mist. Wollte ich gar nicht. Ähm, was wollte ich? Ich wollte den auf die 5 legen. Okay, bringen wir uns gar nichts. Passt. So, ich brauche... Taschenlampe. Auf der 2. Feuerlöscher. Droppen wir. Auf der 5. Und dann geht's los. In der Unterhose. So, wie schaut's denn hier aus? Was gibt's hier? Wasser hab ich. Wasser hab ich. Ich hätte gern irgendetwas zum Scannen. Da oben ist noch was. Da ist auch noch was. Essen. Nehmen wir mal mit. So, was ist hier drin? Wasser. Okay. Hier ist nix. So, wir schenken mal hier kurz vorbei. Gibt's hier was? Ne. Gibt's hier irgendwas? Wasser. Außer Wasser. Gibt's hier schon mal nichts. So, wie sieht's aus? Hier ist offen. Gut, dann können wir jetzt hier hochgehen. Da müsste noch... Oh, Batterie nehmen wir mit. Da müsste noch... Noch eine Batterie. Eventuell voll. Oh, Mann. Jetzt hab ich nicht zugehört. Was hat sie gesagt? So, jetzt brauch ich... Äh... Den auf... Hier. Ja, ja, komm. Hier sieht's aus wie die Sau, Leute. Räumt's mal ein bisschen auf. So, okay, okay, okay. Hier bricht alles grad'n bisschen zusammen. PDA. Schubkanone hab ich schon. Integratende neue PDA-Data. To any Altera crew. Landed in area of significant alien activity. Encountered predators in the Leviathan class. Highly aggressive. Spectroscope scanner assigned species designator Reaper. One specimen attempted to swallow the life pod. Do an extensive damage in the process. Only viable option is to make for the safety of the Aurora crash site. I have retrieved the data box with the creature decoy and enough resources to fabricate a couple of them. The swim is longer than the decoy lifetime, but it should just be enough to keep them busy. Alles klar. If you don't find me on board the ship, I presume I miscalculate. So, jetzt müssen wir erstmal hier durchkommen. Noch ein PDA. So, was haben wir hier? Daten. Altera startet die Aurora. Okay, da ist noch ein. Was haben wir, das haben wir, das haben wir. Was haben wir jetzt hier? Dokumente. Phasentor für die Ariadne Arm. Okay, in der Altera startet die Aurora. Aha. Okay. So, ja. Wir gehen zurück, wie ich sagen. Drüben geht es nämlich nicht weiter. Bisher geht es schon weiter, aber hier geht es nur ins Nichts. Quasi nach draußen. Ja. Ne, wir gucken nochmal unten, ob wir einen der... Warte mal. Wir gucken nochmal, ob wir einen der Codes benutzen können. Wir haben noch einen Code runtergeladen. Einen zusätzlichen. Ups. So, mit diesem müsste... Oh, hier ist noch einer. Guck mal. Den habe ich ja total... ...übersehen. Bla, bla, bla. Bla, bla. Alles klar. Ich muss das irgendwann mal lesen, um diese Storyline zu kapieren, ne? Aber... So. Seemotte... Da, nein. Ich will da lang. So, jetzt müssen wir hier durch. Hier. Bist'n du? Batterie. Kein Platz mehr für. So, hier hoch. So, jetzt müssen wir eigentlich... Ja. So, jetzt müssen wir da drüben nach oben kommen. Genau. Und mit unserem Code, den wir uns gerade noch gefunden haben. Dürfen wir eigentlich da reinkommen. Aber wo war das? Ich glaube, links. Hier haben wir zweimal. Kabine 1. Ja. Passt. Äh. Daten und Codes Hinweise. Frachtraum. Hä? Ah. Kabine 1. 1, 8, 6, 9. 1, 8, 6, 9. Öffnen. PDA. Integrating new PDA data. Alle guten Dinge im Leben sind Handelsgüter. Wir handeln mit Liebe genauso wie wir Aktien kaufen und verkaufen. Wir investieren in zwischenmenschliche Beziehungen, wenn es... Blablabla. Blablub. Blablabla. Alles klar. Ich häng fest. Blaue Kappel. 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 Blaue Kappe. Hier ist nichts drin. Oh, guck mal. Den nehmen wir mit. Flüchtling nehmen wir mit. Oh, was ist das? Ein Wandregal. Nice. 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 Fast. So, trinken wir noch einen. Nehmen wir uns noch die Kappel mit hier. No signal. Oh man. Ja, okay. Ich dachte, es geht ein bisschen mehr. Naja. Okay. Wir haben auf jeden Fall den Prawnanzug. Den Krebsanzug. Hier jetzt momentan genannt wird. Warum auch immer. So, wo war denn jetzt hier der Durchgang? Hier. Und hier. Und hier. Und da geht's hoch. Zu hinten noch irgendwas. Zu looten. Ne. Ne. Ah, hier. So. Hier hoch. Geht doch. Geht er denn nicht. Und runter. Und rüber. Und durch. Und durch. So. Und da sind wir durch. So, da haben wir den ersten Ausflug in die Aurora auch tatsächlich überlebt. Fast. Kurz mal zwischenspeichern. Läuft. Wo ist meine Seemotte? Da. Sehr nice. Was hab ich denn da? Blutgel und da. Achso, ja. Okay. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard, Captain. Wir düsen mal. Das war's zum Scannen. Guck grad mal. Ne. Schade. Sag grad so aus. Komisch, dass man direkt an der Aurora hier gar nichts scannen kann, ne? Schon ein bisschen ominös. So, wir verbissen uns. Warum wackelt hier eigentlich der ganze Planet? So, ich möchte hier kurz mal in die Tiefe gucken. Entschuldigung. Und hier nochmal direkt. An der Aurora kurz runterschauen. So, was haben wir denn? Wir sind auf 200 Meter. Die Dinger haben wir schon. Was ist das? Geleuchtet was? Hab ich dich schon? Aber den krieg ich nicht. Ja, ja. Uh. Du bist weg von mir. 40 Grad haben wir hier. 240 Meter da geht's rein. Hier ist so ein Riesen-Nupsi. Oh, yes. Oh, ich will keine Geschossen kriegen. So, was haben wir denn hier? Hau doch ab. Greift er mich grad an? Oder was macht der? Ich glaube, er greift uns grad an, oder? Er greift uns an. Alter. Shit. Daneben. Kannst du mich verarschen? Kannst du mal abhauen? Was ist die Einheiten Msgeber? Vielen Dank.